Hallo Schatz. Und Hallo. Schon daheim? Ja, ich bin endlich da. Du bist ja ganz nass. Heute ganz im Tag geregnet. Nicht einmal aufgehört, aber ich habe gearbeitet. Hast durchgezogen. Ich habe mich nicht versteckt. Ich bin stolz auf dich. So macht man das. Andere Kollegen sagen, ja Salko, mach Pause, es regnet. Ich habe gesagt, nein, ich arbeite immer weiter, weißt du. Richtig schwäbisch, nicht? Ja, genau. Richtig schwäbisch. So erreicht man was in Deutschland, weißt du. Ich habe gedacht, vielleicht Schäfer auch kommen, weil sie mich finden, dass sie beim Regen, aber der heute nicht da gewesen ist. Schade eigentlich. Schade. Ich bin so froh, wenn er kommen und ich beim Regen schaffe. Aber sei doch, sei doch froh, dass du es durchgezogen hast. Ja, ich habe es geschafft. Du stolz auf dich. Dankeschön. Und was essen wir heute? Ja, ich habe dir Lachsnudeln gemacht. Lachsnudeln? Ja. Keine Kartoffeln heute? Heute mache ich ausnahmsweise nicht. Schade. Dann wäre ich richtig schwäbisch. Aber egal, morgen dann. Morgen mache ich dir Kartoffeln rein. Danke, danke Schatz. Und was willst du dazu? Spinat? Spiel gleich. Oder Spinat, genau. Okay, komm rein. Danke.